So meine Damen und Herren, wir kommen wieder zurück zu einem neuen Video von Minecraft, hier auf einem wunderschönen Kanal. Wie haben oder ich habe jetzt noch mal ein paar Bäumchen gefällt, jetzt zwischen den Parts und hab noch die Leute gefahren, die haben es gerade ganz kurz gesehen, denn mir ist etwas aufgefallen. Da brauchen wir unbedingt bei Koorten, weil wir haben so viel Schweinchen in der Nähe, ich möchte gerne, gerne fangen. Aber bis dahin nochmal ein bisschen, München. München. Okay, das ist jetzt ein Apfel. Wir brauchen nur mit dem Flinsen-Storn, der kotzt mich an. Nicht nur der, der da vorne am meisten. Oh, hier wachsen, wachsen, genau, wachsende Bäume. Wie verrückt. So. Wir müssen mal hier gucken, wir brauchen... Wo kommst du her, wo kommst du her, wo kommst du her. Ich habe die vier, die drei halt ich auch. Alter. Meine Punkte. Du Wichser. So. Naja, fünf Punkte. Ich weiß gerade mal, wie viel ich davor hatte. Ähm, wir sollen mal ein paar Fälle dazu bekommen. So, Hühnchen. Ähm, schnell noch ein bisschen Holz reinholen. Was ist das dunkel hier? Ich weiß nicht, damals gab es so eine Taste, F3. Nee. Doch, F3. Äh. Ich weiß nicht, 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 ob es das jetzt so gibt. Anscheinend rausgepitscht. Da konnte man ja damals mal sehen. Die Helligkeit. Anscheinend ist es weg. Wer weiß wohl nicht. So. Ach, ich muss jetzt auf einmal scheißen. Gut, okay. Du hast die mal auch geklärt. So, holen wir uns mal eine Steinachsel. Steinachsel. So. Wohl eigentlich... Habe ich keinen Bock mehr auf Holz? Nee. Ähm, wir werden jetzt... Wir werden... Was werden wir jetzt? Wir werden jetzt mal... Ne, hier. Die zwei holen. Und was ist denn alle? Was ist alle? Wollen wir mal keinen Spitzer genommen machen? So. Machen wir das jetzt hier rein? Und dann kann das jetzt in Ruhe braten. Dann gehen wir mal schlafen. Und mit der Axt schlafen. Oh Leute, ich bin gefährlicher Mensch. So. Ähm, dann werden wir jetzt mal in die Dings hier runtergehen. Wie werden wir das jetzt so machen? Wie werden wir uns jetzt hier einen Schacht bauen? 1, 2, 3, 4, also eigentlich müsste ich hier weg und hier rüber die Kiste. Nee, wir müssten zwei weg, oder? Weil wir machen hier so ein Tor nach unten. Na ja, können wir mal machen. Das ist die Frage, wie hoch wird denn das hier wieder? Wir brauchen... Lichtl. So. Das war's. Und die nächste Spitze. Schlegel. Eis, Eisenschlegel. Sind ja jetzt Bergwerker. So. Die drei. Die hier sind ziemlich hoch. Wir sind 56. Bis 40 sollte ich doch schon runtergehen. Mit gedorfen, heranzugehen. Ja, jetzt hab ich die gleichzeitig mitgemacht. So. Es ist natürlich ziemlich dunkel hier geworden. Die Musik ist ein bisschen laut, glaub ich. Aber, pfff, ich glaub's nicht. Ich konnte auch haben, wie es am Ende aussieht. F3 raus. Das nervt sonst. Es geht mir mehr auf den Sack, als sonst irgendjemand anderes. Der hat noch gestört. Die eine. Höhe. Und hier dürfte es dann klappen. Wir werden später vielleicht nicht. Wir werden mal hier noch eine Dribbeln machen. Machen wir gleich. Machen wir's gleich weg. Warum nicht gleich? So. Wo sind wir jetzt angekommen? Bestimmt. Erst 3 Etagen bei da unten. Wie gesagt. So 40 rum. 47. Före mal an. Also hier. Hier före mal an, jetzt unsere Höhle aufzubauen. Hier eben unser Höhle-System. Ich bin doch die Geschichte, wie German's Bay einfach mal so gucken, wie weit das geht. Hier probieren wir jetzt so einen kleinen Platz. ich habe mir noch ein paar vorstellungen dass man dann mit der minecart hier runter das war ein bisschen vielleicht nochmals so bergung und kann ich das ja ich kann es ja hier machen warum das macht was man aber hier noch drüber weg machen so mal komm geh weg und dann hier drüben den können wir hier unten anfangen und zur gleichmäßigkeit wollen wir auch noch weg so jetzt erst mal die kleine basis dann von dieser basis aus geht es hier hin geht es gleich hier hin da kann man vielleicht ein schöner bauen irgendwann mal aber im moment geht es mir danach eisen zu suchen und so machen wir noch mal so einen langen gang das ist eine gute idee ich bin gespannt ob irgendjemand noch mal meine minecraft fahrt guckt also bisher war so naja oh eisen oh eisen so viel so viel erde wie es hier gibt 10 eisen damit kann ich mir gerade mal eine hose und einen stiefel machen ne ne noch nicht mal fehlt mir noch eins T-shirt kann ich mir machen alles klar alles klar alles klar alles klar alles klar jetzt hab ich den jagen verbraucht so wie geht es ja richtig alter das eisen das eisen die sind die gerade die ganze zeit abgefahren die sind die gerade die ganze zeit abgefahren mal die kies so Hier ist auch Kohle, ach hier ist so, ach, warum ich jetzt die Steine verbrate ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, warum ihr das in die Kontakte schreibt. Oh, hier gibt es gerade so vieles, hier gibt es xp, huuuu, golle, 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 golle. Also eine Query wird wieder ganz, wieder was gibt es, haben wir also einen Scheiß wieder zu befinden. Das waren so die guten Sachen an den Projekten damals, einfach so eine Query oder so. Oh, ich habe jetzt genug für, Dings, für den Kohleblock. I got away. So. Da ist nochmal Kohle. Oh, hier ist alles. Okay, mir fehlt nur noch Gold und Diamanten. Was sagt die Uhrzeit? Müssen wir mal gucken. Ach, ey, unser erste Öle in Minecraft, dem passen diese Projekt. gut. Ich fühle mich geehrt. Das war zu viel weggezogen, aber ja. Kohle gibt so einen schönen xp. Und hier irgendwie noch gerade Kohle. Ne gut. so, die Kohle ist weg, jetzt fehlt mir nur noch das Eisen. Wenn es hier noch eine Höhle kommt. Oh. Ich verspreche nichts. Deswegen hatte ich auch mein Maul, was ich da machen würde. Oh, hier sind irgendwo Fledermäuse. Aber ich sehe keine. Das heißt, irgendwo in der Nähe sind Fledermäuse. Oh, da ist noch mehr Kohle. Oh, da ist noch mehr Kohle. Ah. 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 Kohle. Ich komme zu dir. Was habe ich denn jetzt? 3%. Oh. So, gehen wir mal kurz zurück. Das ist ja so wieder. So, jetzt schon genug. Kohle. Eisen. Steine. Holz. Dass ich das erstmal loswerde. Oh. So, jetzt gehen wir mal kurz zurück. Posten. 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 Muss dann alles oben hoch wie noch raus. Und immer irgendwie hoch noch mal dann später gehen. So. Aber ich würde mal sagen, wenn euch da ganz gut gefallen hat, dann kippt mir doch noch einen Moment nicht. Daumen hoch und schreibt in den Kommentar um mehr davon sehen wir uns auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal sagt er immer ins Wort. Ciao.